Hallo zusammen und herzlich willkommen zurück hier auf meinem Kanal JustHellfire by The Witcher 3. In der letzten Folge haben wir ein bisschen Ding aufgestockt. Herzlichen. Ja, ähm. Achso. Oh, okay. Cool. Wenn die Gebäuerin ficken will, mach ich das. Verquote sind mir schnuppeln. Äh. Äh. Schon wieder eine Katze. Sag mal, wo sind denn die überall? Ja, in der letzten Folge haben wir jedenfalls ein paar, ähm, Proviant, äh, ein paar Proviant. Klingt nicht so wirklich grammatikalisch wichtig. Äh, ein bisschen Proviant sammelt, beziehungsweise, ähm, wir haben ein bisschen eingekauft. Eigentlich wollte ich noch einen Mod installieren, da die Folge aber heute noch rauskommen muss. Hatte ich jetzt keine Zeit, äh, noch im Workshop zu hummeln. Mehr oder weniger. Ähm, und zwar, es ist wie folgt, wir müssen ja noch diesen Herren im Buckelsumpf da folgen. Diesen, diesen netten Hexen, hier mit Hänsel und Gretel und so. Huch. Ja, jedenfalls, ähm, habe ich jetzt nur drei Folgen gehabt und die sind ja jetzt rausgekommen. Oh Gott, oh nein, auf gar keinen Fall. Unter gar keinen Umständen. Unter gar keinen Umständen werde ich diesen Bär aufwecken. Bin ich denn geistesabwesend? Ganz sicher nicht. Ähm, ja, den Herren im Wald werden wir folgen und unterwegs hoffentlich doch noch ein paar Händler treffen. Hui. Husch husch. Und, ja, genau, auf jeden Fall musste ich die Folge jetzt heute dementsprechend aufnehmen und deswegen hat es nicht so ganz hingehauen. Ich wollte nämlich noch diesen Mod installieren, damit die Händler mehr, mehr Money haben. Money, Money. So. Huch. Ach, das ist der zweite Ausgang. Ich sehe, dass du ein weit gereister Mann bist. Also sag mir, soll ich mein Weib einmal die Woche schlagen oder öfter? Ähm, schlag sehr öfter, wenn du unbedingt meinst. Sind wir jetzt wieder hier? Nee, hier waren wir noch nicht. Hallo. Hallo, Pony. Ja, dann, ähm. Hm. Wo muss man überhaupt hin? Wir müssen in die andere Richtung, wenn ich das jetzt richtig sehe. Wo ist denn die Quest? Oh Gott, die ist hier unten irgendwo. Okay, wir waren jetzt hier leider auch noch nicht. Wir könnten hier entlang reiten und hier, weil hier und da waren wir ja schon. Da waren wir zwar noch nicht. Anschlagbrett. Komisch, die Anschlagbretter, die zeigt ihr alle an. Wo ist das hier? Wieso ist das auf einmal so viel aufgedeckt? Ich war doch noch gar nicht da überall. Ähm. Ja, dann reiten wir doch mal den Weg entlang. Reiten dann hier entlang und müssen dann an der nächsten Kreuzung rechts und dann nochmal rechts. So ist's gut. Und, äh, dann würde ich sagen, ähm, schauen wir mal nach diesen Herrinnen des Waldes. Oh, Moment. Ein paar Ertrunkene können wir doch immer mitnehmen. Vor allem, weil wir ja sowieso Level brauchen. Au! Ui! So viel auf einmal ist für mich nett. Wir sind aber diesmal ganz schön aggressiv. Ich hab die weniger aggressiv in Erinnerung. Iiii! Sind sie doch schon alle nieder. Monsterohr. Monsterzahn. Da ist noch Loot. Die haben wir, glaube ich, schon mal gelootet. Wenn wir nicht alles täuschen. Ich bin mir aber jetzt noch nicht ganz sicher. Ich glaube ja schon, dass wir hier schon mal waren. Haben wir dann den Typen befreit, der hier irgendwo gefesselt war? Hm. Ich weiß es nicht mehr. Was haben wir denn hier noch? Schallkraut? Ja, das nehmen wir natürlich mit. Und ich muss unbedingt noch mal gucken. Ui! Wo ist meine liebe Plötze? Was ist das so komisch roh? Blutmoos. Okay. Noch nie davon gehört, aber wir nehmen jetzt einfach mal mit. Komisch, ich wechsle immer definitiv zu schnell die Richtung. Kann man auch was, äh, was ist da? Hornblatt. Aha, es lohnt sich also auch praktisch im Matsch zu wuhlen. Da oben ist noch... Rotes Kraut. Hui! Na dann, aufsitzen, junger Mann, und los geht's. Rechts und dann noch mal rechts, sowas. Hui! Schön, dass es da unendlich viel Ausdauer hat. Ein paar Wildhunte. Oh. Ja, okay. Okay, das war jetzt aber ein normaler Wildhund. Und das andere war so richtig verwildert. Ein Wildhund und ein richtig verwildert. So. Da waren doch jetzt noch mal welche. Gut, 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 gut. Etwas vonlaufen. Aua! Okay. Wir wissen ja, meine Künste sind nicht die besten. Und das werden sie wahrscheinlich auch nie werden. So. Dann sammeln wir noch... Ja, ich weiß, wir wollten der Quest folgen. Ja, das ist doch eine Katastrophe. Loot, loot, loot. Loot, loot. So, dann gucken wir doch mal ab zu unserem Hottehü. Ab zu unserer Plötze. Dann schauen wir mal noch mal Map-technisch. Genauso wollten wir auch langreiten. Und dann kommt mir da das nächste Kaff. Dann folgen wir doch mal der Strecke. Nein, ich steige jetzt nicht wieder ab, weil sonst gucken wir hier nie voran. Ich müsste mal so eine reine Loot-Tour machen hier mit Kräutern und so. Ohne irgendwas anderes. Nur mit Kräutern. Banditen. Level 14 mit Sicherheit nicht. Wölfe. Pferdepanik. Aber ich habe irgendwie das Gefühl, dass wir gerade falsch unterwegs sind. Okay. Langsam. Ja, ähm, irgendwie sind wir gerade falsch unterwegs. Wir hätten da nämlich eigentlich abgesäult. Was war das? Das war Person in Not. Das Problem ist, dafür sind wir noch definitiv zu schlecht an Power. wir müssen aber zwangsweise hier zurück, weil wir müssen nämlich hier über die Brücke gehen. Darf man das doch einfach drüber? Nee. Spuck jemand anders an. Ah, ich mag die Landschaft so gern. Fischer. Aber die Frage ist, wo müssen wir jetzt lang? Ähm, wir könnten geradeaus und dann links der Kurve folgen, wenn ich das jetzt richtig sehe. Geradeaus. Das ist aber schon ein Dorf. Das schaut nicht nur so aus, das ist noch ein Dorf, weil es leben ja noch welche. Langsamer. Hier gibt es auch einen Schmied. Welch Freude. Freude, Freude. Hä? Also. Nee. Also zu brochene Haken müssen wir jetzt nicht unbedingt gluten, weil ich wüsste nicht, für was wir die brauchen. Äh, Loot, Loot, Loot. Wasserflaschen nehmen wir definitiv mit. Äh, kann sein, dass wir das brauchen. Kann ich dem Kind vielleicht eine Puppe geben? Nee, kann ich nicht eine Puppe geben. Äh, ich hatte nämlich eine Puppe, glaube ich, irgendwo mitgenommen. Ich hab meine Kleine gestern sich wieder zu pflücken geschickt. In den Wald? Alleine? Du weißt doch, wer es ist. Zu viele Mäuler zu stoppen. Was bist du nur für eine Mutter? Jetzt bleibt mehr für die andere. Was bist du nur für eine Mutter? Jetzt bleibt mehr für andere. Das ist echt einfach. Die hat ernsthaft... Überhaupt nicht. Ja, muss ich nicht verstehen. Also die hat eins ihrer Kinder in den Wald geschickt, wo sie anscheinend nie wieder rauskommen wird. Also sie hat sie gestern in den Wald geschickt und sie ist bis jetzt noch nicht wiedergekommen. Und so nach dem Motto... Er ist vor Hunger schon ganz blass. Ja, wenn sie nicht mehr wiederkommt, habe ich umso weniger Mäuler zu stopfen. Schon ein bisschen krass. Äh, war aber früher so. Denke ich mal. Zum Teil. So weint die? Ich kann mit der alten Frau aber leider auch nicht reden. Oh. Die redet... Äh, die weint auch. Ne, die huschtet. Zieh tiefer! Ah! Ob ich es jemals schaffe, ähm... ...der Quest... ...zu folgen. Das kann natürlich auch keiner sagen, wo die niedergemacht worden sind. Äh, kann man noch nichts aufhören? Müssen wir erst mit dem Waffenschmied reden? Dann tun wir das mal. Verlässliche Waffen aller Art, Stahlschwerter und schwere Keulen für Männer, gravierte Schlagringe für die Damen. Zeig mir deine Waren. Kannst du was für mich anverdienen? Bist du ein Waffenschmiedmeister? Bist du in der Lage, Waffen in Meisterqualität herzustellen? Für wen hältst du mich? Für Hattori? Hattori? Der beste Handwerker Novigrad. Deshalb haben alle von ihm gehört. Er soll jetzt im Ruhestand sein. Und nein, niemand kann das, worum du bittest. Aha. Okay. Ähm. Zeig mir deine Waren. Schauen wir erst mal, was er denn so hat. Was soll das kosten? 316. Mir wurde gesagt, ich soll dieses komische Beil verkaufen. Dann verkaufen wir das mal. Ähm. Was ist das noch? Schwert eines Kriegers der wilden Jagd. Naja, ich hab ja davon nix, weil... Es ist eh schlechter als alles andere bisher. Und er hätte hier ein wesentlich besseres Silberschwert. Muss ich denn meine Hexersachen aufheben? Ich glaube nicht. Ähm. Die Runen soll ich behalten. Ich weiß zwar nicht, was ich damit machen soll. Gegenstand ist unverkäuflich. Aha. Was ist das noch? Schwerer Streitkolben. Uh. Meisterlich gefertigter Sattel. Hm. Was haben wir denn jetzt momentan für einen? Hier, den hier. Ein Pferd mit Sattel wird nicht so schnell müde. Gewöhnlicher Gegenstand. So viel besser ist er jetzt auch nicht. Also gewichttechnisch ist er sogar schwerer. Ja, ein bisschen besser wäre er. Aber wir könnten eher den hier verkaufen. Den normalen. Dann wäre der mal weg, weil zwei Sattel gehen auf einem Pferd gar nicht hoch. Schwarz magische Puppe. Kann man die normalen Puppen, die man dann immer findet, kann man nicht verkaufen, oder? Eine Raunenwurzel. Hm. Ich schaue mal schnell. Also wie gesagt, wenn wir hier schon mal sind, dann müssen wir doch rein theoretisch auch mal gucken, was der gute Mann so hat. Aber ich würde mir jetzt fast lieber noch ein weiteres oder ein besseres Silberschwert mitnehmen. Ich weiß, das ist wahrscheinlich Geld, was ich hier ausgebe, was gar nicht sein müsste. Aber. Hm. Kann ich das denn schon verwenden? Keine Ahnung. Stahlwaffe. Mariborerschwert. Hexerstahlwaffe. Bitte schön. Nimm mal mit. Entermesser. Also das werden wir jetzt gleich, das hier werden wir gleich mal ausrüsten. Da weiß ich auch nicht, ob wir es brauchen. Man könnte es aufleveln. Das kann man auch noch, da kann man glaube ich rune oder irgendwas draufsetzen. Äh, das Entermesser können wir auch wegschmeißen. Das wäre jetzt besser als das, was wir momentan haben, gell? Das könnte man aufleveln, aber... Das ist das andere Entermesser. 100%. 100%. Das hat benötigt Stifel 5. Okay, die haben wir. Hm. Fragen über Fragen. Das ist das Anfängerwaffenreparaturset. Haben wir schon drei. Das waren die Sachen, die ich hier verkauft habe. Ähm. Lü, lü, lü. Es gäbe etwas zum Inventar schnell sortieren. Habe jetzt aber leider vergessen. Wie. Was hat er denn an Handwerk? Reparieren? Verbesserung? Reparieren? Äh, Anfängerwaffenschmied. Okay, ist kein Meister. Ja. Das haben wir doch. Hexasilberschwert. Das ist das, was wir momentan haben. Das ist unsere aktuell ausgerüstete Waffe. Ah, die sind alle nicht so toll, gell? Hm, hm, hm. Hm, 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 hm. Da können wir auch nichts draufleveln, gell? Huch. Gegenstände herstellen. Alles klar. Äh, okay. Aha. Gegenstände herstellen. Komponenten. Dann Gegenstand herstellen. Auch Handwerker müssen essen. Wenn du dir ein Handwerk etwas anfangen soll, musst du ihn für seine Dienste entlohnen. Ja, das ist mir klar. Du musst dein Handwerk aufzunehmen, richtig speziell Lüstungsverwaffenschmied für den jeweiligen Gegenstandshilfe, hm. Aha. Okay. Äh, jetzt pass mal auf. Unser aktuelles Schwert. Ähm. Bis dann. Huch. Früher kamen am Marktag Waffen mit köstlichem Fett beladen an. Mit geräuchertem Schinken, Schmalz, roten Würstchen. Ja, was auch immer. Ähm, ich würde sagen, wir tauschen gleich mal das Silberschwert. Ist zwar nicht schön, aber ist auf jeden Fall besser als unser Hexerschwert. Und unsere Stahlwaffe sind momentan auch nicht so toll. Ähm, wir fragen mal den Spieltammel. Verlässliche Waffen aller Art, Stahlschwerter. Danke. Ich brauche die Waren nochmal. Zeig mir deine Waren. Ähm, der hatte doch hier noch den etwas besseren, das Endvermesser. Costa Cordale, 67. Dann das Hexersilberschwert werden wir wahrscheinlich nicht brauchen. Aber ich will sie nicht verkaufen. Nostalgie und so. Ähm, lebe wohl. Bis dann. Lebe lang und in Frieden. So, dann hauen wir jetzt hier mal das als Stahlwaffe rein. Lebe lang und in Frieden. Die können wir eigentlich nicht verkaufen, gell? Gut, jetzt die Stahlwaffe kann man auch nicht irgendwie aufleveln, aber egal. Verlässliche Waffen aller... Ja, wisst mal. Zeig mir deine Waren und jetzt... Zeig mir deine Waren. Kaufe mir meinen Schuhn. Okay. Die anderen zwei hebe ich jetzt mal vorsichtshalber auf. Bis dann. So, man will ja wohl seine geliebten Hexersachen nicht hergeben. Aha. Liebe Dame, bist du schon wieder heimlich fressen gegangen? Ein Schleifstein. Sehen wir jetzt gerade. Deine Gegenstände wurden aufgewertet. Und was kann ich... Kann ich hier... Nee, hier kann ich nicht selber machen. Das ist einfach der Schmied. Alles klar. Dann würde ich sagen, reiten wir doch mal weiter. Komm mit. Viel Fraß. Oh nein. Ich würde gerade sagen, packen wir fest. Oh, das ist so mies. Hier ist ja auch noch ein Händler. Die Folge besteht schon wieder rein nur aus Shoppen. Was? Was hast du anzubieten? Hast du was Interessantes? Wenn wir schon hier sind. Äh, Wurztis, fünfte Essenz, ähm, Fell, irgendwelche Karten. Satteltaschen. Was hatte ich für welche? Satteltaschen. Ich habe Satteltaschen drauf, gell. Oder habe ich die jetzt doch nicht mitgenommen in der Höhle? Weil ich hatte... So total hochmotiviert. Doch, wir haben Satteltaschen drauf. Okay. Schallklappen haben wir auch drauf. Dann passt das ja so weit. Ähm, ich speichere mal. Hä? Ach, es ist schon wieder beim Fressen. Du bist mir so eine. Aber hier gibt es irgendwas. Auf Befehl des Kommandanten des Nilfgaardischen Zentralarmee-Lagers werden die Einwohner von Niedewirr und Lindenthal hiermit aufgefordert, sich im Lager der Zentralarmee von Nilfgaard zu melden, um Arbeitsdienste für das Kaiserreich abzuleisten. Listen mit den bezeichneten Einwohnern sowie den jeweils zu leistenden Arbeitstagen sind bei den Torfältesten erhältlich. Wer sich zu drücken versucht, wird ausgepeitscht. Gezeichnet, der Kommandant des Lagers der Zentralarmee von Nilfgaard. Alles klar. Ich habe irgendwie Angst, dass wieder hier irgendwas ausbricht. Schnauze, Mädel. Mutant. Und? Wer bist du? Eine Niemandsfrau. Nur eine... euren ich würde mir gerne deine waren ansehen was hat er denn zum fressen hat er was alle haben ihn zum fressen gern zitronen wort kann er lieber nicht weil wir wissen ja wie das beim letzten ausgang ist kräuterschnaps kräuterschnaps haben wir doch noch wir haben jetzt auch vier rohefleisch haben wir vorhin gefunden wasserflasche müssten wir auch wieder einige haben milch ziegenmilch hast du brauchen jetzt erstmal nix warum so eigentlich hat eben hast du beschimpft deswegen deswegen habe ich ich habe ja alle bleiben mich immer nur alle weinen ja wie war wie war ja ich würde sagen liebe freunde ich verabschiede mich erstmal für diese folge wir sind erstmal weiterhin auf dem weg zu den lustigen hexen und ich würde sagen wir sehen uns dann auf info in der nächsten folge wieder ich würde sagen bis dahin ade waschee danke fürs zuschauen und wir sehen uns bis dann schüssi